Die Glaserei Glas55 in der Murengasse in Wien Favoriten bietet einen 24-Stunden-Glaserdienst bei Schäden und Glasbruch und rechnet direkt mit ihrer Versicherung ab. Als mittlerweile etablierter Handwerksbetrieb bietet Glas55 auch Glasrückwände, etwa für die Küche und Badezimmer, mit Spezialeffekten. Ganz Glasanlagen, Glasduschen nach Maß, Vitrinen, Vordächer, ja ganze Wintergärten an. Glas55 in Wien Favoriten, wir garantieren unseren Kunden 100%ige Zufriedenheit.